Und damit will ich kommen zurück jetzt und let's play die Walking Dead Season 2, ich glaub, 4G3 mittlerweile Wir haben wieder mittendrin aufgehört und machen hier auch mittendrin weiter, so wie es das gehört Clementine, Sarah, du warst mit Nick, richtig? Wir müssen ihn finden Ein Mann war hier Was? Was hat sie gesagt? Was? Was? Clementine, mit ihm zu sprechen Und du hast ihn einfach öffert? Hör dich, Rebecca Hör dich? Hör dich? Ich bin der Hör dich! Du hör dich! Ich habe nicht öffert, er kam einfach raus. Sie sagt die Wahrheit! Er hat ihn gesagt, was er sein Name war? Er hat ihn gesagt, was er sein Name war? Vielleicht er nicht er. Du wirst du wirst, was er gesagt, was er ist. Er hat gesagt, dass er sein Name war George. George? Das ist was er gesagt. Er hat ihn gesagt, was er sah? Er hat ihn gesagt, was er sah? Er hat ihn gesagt, was er sah? Er hat ein großartiges Brot. Er hat eine große Brot. Er hat eine linie? Eine Farbe? Ja, fur. Er hat dich gesprochen, Dad. Er hat einen von ihm begut, nicht? Er hat ihn gesagt, was er nicht! Er hat ihn gesagt, ihr seid ihr Liebesgegegegen. Er hat ihn gesagt, dass er was nicht verd�enehmig ist. Oder nicht liebiger ist, correct? Er sait, dass diese Menschen leidig sind. Er hat ihn zu tun und Follow sein, was wir uns annehmen. Was glaubst du? Er hat ihn�, wenn er wieder zurückkommt? Er hat mir ein Bildschirm gesehen. Ein Bildschirm? What were you doing taking pictures? Carlos. What? You need to calm down. You're scaring your daughter. I took the picture. It's my fault. No, I asked her to. It's my fault. Sarah. He was scouting. We got lucky. He wasn't expecting to find us. Clementine must have surprised him. She hadn't been there. Well, he was too smart to stick around. But he'll be back with the rest. We don't have much time. He's right. Everyone pack up. We're moving now. Alvin, wait! Where? We have to leave now, sweetie. Before he comes back with more bad guys. But it's gonna be okay. Let's just go get your things. Where are we going? Anywhere but here. Into the mountains, maybe. Clem. I don't know what he told you. But William Carver is a dangerous man. He's the leader of a camp not far from here. And he's very smart. We were lucky to escape. Look, I'm sorry to involve you. But now that he's seen you, you'll be safer with us. We have to leave. Okay. Over took me. Look, we gotta find Nick on our way out of here. You know where he was, right? Yeah. Hit the road. Check. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Yeah, I can hear. You said it was just up here? Yeah. Just a little ways. Hey, Clem. Sorry if I gave you some shit back there. I'm just a little on edge. It's just a tough time right now, with the pregnancy and all. Yep. It's still okay. It's okay. If it's not you I'm yelling at lately, it's Alvin. And then I'm in real trouble. I can handle it. I'm not a little kid. I felt the same way when I was your age. My dad was always giving me shit. And I always thought he didn't know a damn thing. I know you did your best back there. You know, none of us would make it on our own. Sometimes it's hard knowing just how dependent I am on everyone. I'm not used to that. I'm not comfortable with that. I'm supposed to be a mom soon. Guess I need to work on my patience. Alvin and I still don't know what to call her. Or him, if that man gets his wish. God help me. Any ideas? Clem? Er hat sich wahrscheinlich zu Tode gesoffen. Ich würde auf den Boden schauen. Die Frage ist, hat er sich zu Tode gesoffen oder wurde gebissen? Ah, Jesus. Hey, man. You got any aspirin? Ha. You asshole. Die ganze Gang war nicht da, aber nein, aber gut. Hey, Clem. Hey, Clem. I just want to say. Thanks for not giving up on me. Natürlich nicht. Next time you should listen to me. I'm sorry. I'm going to pray for a little bit. What happened back there in that cellar? Can you do something stupid? Look, you can tell me. He got drunk. I was scared. God damn it, Nick. I'm worried about that kid. Keep an eye on him for me, would you? You... Sorry, you still want to come with us? Look, I know we got off to a rough start, and I can't make any promises it won't get rougher. I don't have anywhere else to go. Well, then, welcome to the party. Yeah, thanks. We're, uh, we're smarter than we look. I figure we got about four or five days to reach those mountains. Now, if they're tracking us, we should be able to lose them up there. Five days? It's gonna be okay, Beck. We have to keep moving now. It's our only choice. Genau, deswegen machen wir jetzt da Gewaltmarsch nach Berg. Gewaltmarsch nach Berg, genau. Fünf Tage später. Ich hoffe, das mit der Webcam funktioniert. So weit aufgenommen hat sie zumindest, was ich gesehen habe bis jetzt. Mal schauen, wie das dann ausschaut beim Rindern. Die nimmt ja auch in HD auf und ich muss dann das Video kleiner machen und und und. Aber, das werde ich euch jetzt nicht erklären. See anything? She better see something. I've been walking for a damn week. There's a lift or something. Chairlift? It says lift. Must be that ski resort. I've never been skiing. Beck and I went once. It wasn't pretty. There's a building on the mountain. What's it look like? It's big. That sounds like a good place to spend the night. Look, wenn man hochkommt. Yep, ba, ba. There's the bridge. And does it look passable? I think so. Good. There's a little house by the bridge. How big is it? It's pretty small. We have to cross that bridge. Let's go. Hold on now. We can't all go sprinting across that thing, okay? We get spotted out there. We're gonna be trapped. Going around that lake will take too long. Right, but look, we've got no idea who's out there. Okay, I'm gonna sneak across. Make sure it's clear before we bring the whole group over. You think splitting up the group is a good idea? Well, I never said it was a good idea, but it's better than risking everyone at once. What's your plan? Clement, I can scoot across slow and slow, make sure nobody's waiting for us on the other side. We'll have a tough time covering you from back here. Well, we'll just turn back if it gets hairy. Clementine should stay here. She's... She's what? She's just a little girl, Luke. I can do it. See? Yeah. No problem. It's gonna be fine. Okay, we'll signal you guys in 10 minutes. Just watch for a light at the far side. I can go too. You stay with the group. I'm fine, Luke. I don't like this. Yeah, well, when's the last time you liked anything, Carlos? If something happens, I'll cover you. Come on. Not so many people. We have more chances. Hey, uh, sorry about that. I just could really use your eyes, and right now I don't trust Nick to tie his own shoes. You're just still on edge after the Carver thing. It's been five days. Why would Carver still be following us? That's a good question. What's the most important thing in this world? What does everyone want? Even the gangs. Now, what do you think they're all after? Family. It's a tough world out there without people you can trust. Yeah, I'll have to try and we'll see if we can sit still. There are only two. Let's take them. I like your style. I'll take the big one. You get shorty. Wish we could use guns. We should be okay. I think. I've got the big one. Hey, kid. Look, it's not like I don't know you have guts, but are you crazy? Maybe I am. Just stick with the plan, okay? Okay. Now, come. Go ahead. Give us a good pull. It should come free. I know. I've done this before, remember? In a shed. It's not too long. It's not too long ago that we've been driving my car. gefahren haben wer sich da vielleicht daran erinnert langsam vorsichtig ich würde ein bisschen gedruckt gehen an eurer stelle aber gut das war okay Hey, ich bin... stuck! Ich kann nicht reachen. Clem, schau, wir werden etwas herausfinden. Nach dir! Ah, verdammt! Ich will drücken Q... Na, geht doch! Hallo! Ja, ich hinde den Kopf, wenn es recht ist, danke! Uh! Wunderschwey... Welche Wunderschwey... Das ist niemals. Wunderschwey. Danke, Clem. Let's keep going. Vielen Dank. Siehst du ihn? Ja. Spiel es einfach cool. Und du sagst. Was? Warum ich? Ich will nicht in eine Kampf. Du denkst du, dass er eine kleine Mädchen schießt? Juste nicht machen irgendwelche Bewegungen. Und nicht ihn schreien. Und nicht sagen ihn nichts. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es fragte ihn für die Richtung. Na, wer bist du? Wer fragt? Ich bin Clementine. Und das ist Luke. Clementine und Luke. Und wer bist du? 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 Keine Offenheit oder wassicht. Aber du kennst dich wie es hier drin ist. Ich bin kein Mann. Wer bist du mich ein Mann? Wer bist du? 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 Ich sehe, dass ein paar Gruppen ein Tag durchsicht. Sie alle sind das gleiche. Es ist eine große Migration der Dasein und Verlust. Hast du jemanden wie Christa gesehen? Christa? Vielleicht. Wirklich? Nein. Ich meine, viele Leute kommen hier durchsicht. Ich weiß nicht. Ich muss sagen, Sie zwei sind wie sch***. Wenn du Essen brauchst, ich habe ein paar Kanten in der Station. Nein. Ich habe vieles. Ich habe vieles. Okay. Danke. Hey, kein Problem. Es ist schön, ich bin ein Freundliche Gesichter hier. Wie ich gesagt habe, ich habe Essen und Supply in der Station. Und wenn du... ...wann... ... 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 Was ist das? Nick! No! Don't shoot! So. Did I hit him? Where is he? I told you not to shoot. What? Who was that guy? Why did you shoot? Get out. You pointed a gun at me. Damn it, Nick. I told you not to shoot. How was I supposed to hear you? You gave me a clear shot. That shot rang out for miles. We got to get off this bridge. Let's go. What the fuck? What's that back there? I don't know. Looked like he had a gun on you. That asshole drew on me. He was about to shoot. Oh, was he? I'm telling you, man. He drew first. That's not what it looked like to me. Shut up, Nick. What did you see, Clem? Was that guy going to shoot? Fuck you, Luke. You put on my case the whole week. And why do you think that is, Nick? I don't know. It happened so fast. But you were right there. Either way, you could have hit one of us. Yeah, but I didn't. Look, I know Pete was close to you, Nick. But you can't... Don't fucking talk about him. You think he was with Carver? I don't know. I... No, I don't think so. But he fell over. He fell off the damn bridge? We have to keep moving. I can't. I need a minute. Fine. Look, can I even talk to you alone? Sure. Sure. Möchtest du mal horchestachten mit dir? Sure. Sure. Thanks, Clem. Did you say, he is not doing anything. Let me talk about anything while I drink. Thanks a lot, for backing me up there. I'm sure they're talking about me right now. Oh, look, he's becoming a danger to the group. Who was that guy? I swear, it looked like he was holding you guys up. I figured he was with Carver. He seemed nice. Get out. Damn. If Alvin is in front of me, he takes that shot. What a fucking mess. Maybe I am losing it. I don't know anymore. God, I'm hungry. What time is it anyway? Damn. Damn. What's wrong? I left my watch back at the cabin. It was Pete's. He gave it to me. Gut, dass wir die eingesackt haben, würde ich jetzt. I found it back at the cabin. Let me grab it. What? Really? Thank you. This means... Thank you, Clem. You know what? I'm gonna go talk to them. Yeah, but I'm gonna go talk to them, if it's right. Let's go through the window. Hmm. Holz. Okay. Scheint da alleine gewesen zu sein. Na komm Natürlich hat er das Essen abgeschlossen Ein Survival Knife Schaut auch so aus Wer hätte damit gerechnet? Ich habe gerade eine E-Mail bekommen Sicher bin ich mir aber nicht Schau mal lieber da rein Wir drücken Q und brechen hoffentlich nicht wieder das Messer ab Das geht doch Ach, mir juckt die Nase Ja, man Ja, und jemand died Ich bin kein Judd, aber das ist straight-up murder in meinem Buch Ich meine, ihr seid ja Ja, ihr habt dasции Ich bin das Ich würde nie sprechen Ich würde dich erzählen Fizzy kann bald das auch. Good now. Gott weiß, dass wir nicht perfekt sind. Hell, ich bin glücklich, dass du mit dir bist, Clementine. Was ist das? Was? Was ist das? Das war, weil er geschossen wurde. Kann man nicht die Brücke wegspringen? Das wäre doch lustig. Wieso sind wir nicht mit dem Sestlift gefahren? Das wäre doch viel einfacher gewesen. Oh, die Feldkirche rum. Well, what are we waiting for? We have to be careful. Careful? We've been on the road for 5 days. My back is done being careful. Ha. Er ist fertig. Heißt das auf gut Deutsch? Meine irgendwie auch in den letzten Zeit. Oh. 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 Na komm Clementine. Ein bisschen schiller. Wir haben noch mehr von 14 in dieser Folge. Das Probable hätte nicht anhängen müssen. Von Dächern hüpfen, also von Dach zu Dach. Ich weiß, dass ich gut bin. Ich versuche, zu helfen. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich sehe nichts? Zum Glück. Da ist Licht. Was machen die da drüben schon wieder für lustige Sachen? Sind die irre oder was? Halleluja. Geht zum Snackte überleben und dann sowas. Komm. Ach, was? Ja. Ich bin nicht hier, um niemanden zu schrauben. Lass die Schlange runter, Mann. Mach das! Woah, woah. Woah, woah, woah. Please, mach nur was er sagt. Ja. Ach, was. Kenny. Warte, du kennst diesen Mann? Clementine? Kenny hat überlebt. Um Gottes Willen. Hat sich schon lange nicht mehr rasiert. Der Gute habe ich ja auch nicht. Hä? Wir können innen sprechen. Great. Ich habe gerade Abendessen angefangen. Bist du sicher, dass du dich nicht bemerkst? Es wird bald stormen. Bitte, komm her. Na, wenigstens einmal was Gutes nach viel Schlechtem. Der Kenny lebt. Da freue ich mich. Muss ich ehrlich zugeben, da freue ich mich. Sogar mit Strom. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und Musik gibt es auch. Na, Wahnsinn. Kenny und Sarita haben uns schon seit vielen Wochen gehalten. Es war natürlich ein Ski-Lodge. Also haben wir viel Essen. Und, uh, glaub ich es nicht, haben wir noch ein wenig Kraft aus dem Wind-Turbine da vorne. Cool. Wir tenden, die meisten der Lichter aufzunehmen, um zu erinnern, zu erinnern, die Aufmerksamkeit zu erinnern. Aber nachdem wir diese Sachen gefunden haben, konnten wir nicht resisten, zu einer Exception machen. Was ist lustig? Oh, nichts, Walt. Walter hier ist eine smarte Sumb***. Das ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Wie geht's euch, wenn ich ein Essen habe, während ich ein Essen habe. Bitte, mach dich zu Hause. Du kannst dich aufhören. Du kannst deine Sachen da oben. Die hell, wir werden. Ja, ich stehe auf meine Schmerz. Danke. Okay. Du bist unsere Schmerz hier. Es gibt keine Chance. Du kannst ihn aufhören, dann. Du kannst ihn aufhören, dann. Kannst du aufhören für diese Leute, Clem? Wenn du mir sagst, sie sind gut, dann bin ich gut. Wir. Du bist derjenige, die eine Schmerz. Sie sind cool. Ich hoffe, zumindest. Dad, schau! Ein Schmerz. Nicht genau, Sarah. Ist das nicht großartig? Wir haben es alles in der Schmerz gefunden. Es ist unglaublich. Die Musik im Hintergrund ist geschützt. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Geht doch! Gut. Wenn ihr alle folgt, dann zeige ich euch, wo ihr schlafen könnt. Ja. Okay, nie lebt. Na sowas. Silvester war gestern, Leute. Schießt wann anders. Keine Ahnung, ob man sonst gehört hat auf der Aufnahme. Ist mir auch egal. Wir kommen langsam wirklich zum Ende der Folge. Ja. 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 Mal. Ja. Mal. 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 herr man merkt sie so erschöpft die entscheidungen alles mit christianer mied um ihn christianer wieder für wahl die skype schießt als er hat es wirklich am sorry Ich bin nicht so, wie ich dich nicht mehr so fühle. Ich bin nicht so, wie ich dich nicht mehr so fühle. Krista hat mich gesagt, dass du dich tot bist. Ich bin. Das ist alles ein Traum. Das ist alles ein Traum. Das ist alles ein Traum. Sorry, bad joke. Krista hat mich in eine hellige Verlust. Ich habe ihr eine Hand und dann hat es sich so... ...messier. Für ein Minute da, ... es war nicht so gut für old Kenny. Long story short, ... ich bin Glück. Real Glück. Ich habe eine lange Zeit alleine. ... und dann habe ich Sarita. Danke, Gott. Es ist großartig, dass Sie wiederkommen. Sie sind beide? Clem, das ist meine Frau, Sarita. Sie ist nicht schön. Schön zu treffen, Clementine. Hey, Walt, wo ist Matthew? Er ist noch da draußen? Natürlich ist er. Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Er ist noch da draußen? Ja, danke. Schön. Willst du mir ein bisschen Essen vorbereiten? Schuh. So, wie kennst du Kenny? Er und Sarita haben waren eine große Hilfe. Matthew und ich wussten gar nicht, was hier zu tun. Es ist eine lange Geschichte. Es war nicht leicht. 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 Es war nicht so, dass du mir das erste Mal probierst. Was ist das? Was? Für sich Ernstbohnen. Was? Was? Heißt der. Um. Ah, nicht dass das der Matthew war. Das wäre irgendwie nicht unbedingt das beste. Als Niemalsin. Was ist das? Wird pulsiert. Es ist so, wie gesagt. Gute, dass du dich in der Schule. Das ist das. We're looking at the christmas tree Okay It's been a week, man. We gotta be out of the woods We can be sure they might be tracking us Tracking? Who do you think they are? Ninjas? Clem, Luke said you saw some people in the valley People? Way down there I saw lights Which way did they go? Back into the woods We cannot take any chances We leave at dawn But we're safe here for tonight, right? Clementine, you talked to that man Walter, right? What did he say? You didn't tell him anything about us, did you? We have to be careful We mostly talked about Kenny Kenny is the loud man with the beard? Yeah, that's him Look, I don't care what that man said We're staying here tonight Just talk to the rest of them They trust you See what you can find out I'm gonna go find Luke Honey, I don't feel so good Beck, what's wrong? I just need something to drink You got it I'll be right back Hm 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 Hm, 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 hm Hm, I can't believe all this stuff Ich zieh diese Folge absichtlich ein bisschen die Länge, weil die letzte, ja um das kürzer war beziehungsweise den Abspannz mit drinnen hatte Hm Hm Clem, we could use some help Here Sarah, you take this and string them up over there Krisper am kogeln Är desto mot bren Who knew Kenny before? It must be incredible to see him again When I met him Well He's so different now Did he say anything about before? No He won't talk about before I met him Hm Oh Everything takes a little Koksing these days Perfekt Now we just need the topper We always had an angel on top of our tree My family didn't celebrate Christmas But I still love the decorations Find a tree topper Was soll man denn noch alles machen hier? Ja Und damit dann Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Also wir sind jetzt bei 38 Minuten 30 Minuten ist eigentlich die Grenze Bis dann